. Paduaner sind mit ihrer Haube besonders gefährdet für Raubvogelangriffe. Die Henne muss zum Friseur. Kein leichtes Unterfangen. Wenn die Federn dann zu sehr ins Gesicht wachsen, dann sehen die so schlecht. Und wenn die so schlecht sehen, dann werden sie sehr unsicher. So, jetzt siehst du wieder was. Der Habicht wird im Winter wieder sein Glück versuchen. Doch Angelina und ihre Hühner sind diesmal gut gerüstet.